Kapitel 11 Alternative Lösungen Und damit beginnen wir jetzt hier auch die neue Aufnahmesession bei Dad's Base. Es ist geschätzte drei Wochen her, dass wir hier gespielt haben. Beim letzten Mal hatte ich ja ein bisschen mehr aufgenommen, sodass wir auch gleich drei Folgen zusammenbekommen hatten. Okay. Was wollte ich sagen? Ich hoffe, ich habe nichts verlernt. Beim letzten Mal sah das eigentlich ganz gut aus. Da haben wir diesen komischen Typen erledigt. Ah, ein Shop. Ihr habt mir geschrieben, ich soll unbedingt noch ein paar Energieknoten kaufen, denn wir sind so ziemlich beim Finale angekommen.